Heute geht es um das Thema, wo bekomme ich kostenlose Bilder für meine Homepage her. Oftmals, jeder von euch kennt das wahrscheinlich, so Dinge wie Shutterstock, wo ihr Bilder kaufen könnt. Die Lizenzen kosten einiges an Geld. Aber gibt es eigentlich auch kostenlose Möglichkeiten, Bilder zu bekommen? Zuerst ist zu sagen, am besten ist es, wenn ihr die Bilder natürlich selber macht, weil das erstens auch authentischer wirkt. Wenn ihr Beispielbilder braucht bzw. Bilder, die allgemein gehalten sind oder zu einem gewissen Thema, dann könnt ihr z.B. auf pixabay.com kostenlose Bilder euch herunterladen. In sehr guter Qualität. Dort ist eine große Community, die gegenseitig die Fotos austauscht bzw. die Fotos hochladen. Ihr könnt auch dem Fotografen eine kleine Spende hinterlassen. Mein Tipp dazu ist, wenn ihr Fotos nehmt, möglichst welche ohne Personen in den Bildern. Wieso ohne Personen? Weil eine Person, wenn sich diese im Bild erkennt und das irgendwie sehen sollte, ist es einfacher für die zu sagen, ich habe nie das Recht dazu gegeben, dass sie mich abfilmen. Ja, dann bekommt nämlich ihr das Problem und der Fotograf kriegt davon nichts mit bzw. den könnt ihr dann auch nicht belangen. Und da achtet drauf. Wenn es normale Bilder sind von Natur, Kunst oder von Autos ist es halb so wild. Autos können überall herumstehen, aber mit Personen wird es dann schwierig. Und eine wichtige Sache dann, wenn ihr eure Bilder auf pixabay.com gefunden habt z.B. oder bei anderen kostenlosen Seiten, die das anbieten, dann schreibt es auch in das Impressum bzw. irgendwo hin, dass diese Bilder von pixabay.com kommen. Und im optimalen Fall, das ist aber immer so eine Sache, ob man das möchte oder nicht, ich habe das nicht sehr gern, dass man den Bildnachweis unterhalb auch noch einmal in Textform aufschreibt. Sprich, woher kommt das Bild und welche Bildnummer hat das etc. Grundsätzlich wird euch niemand jetzt abstrafen, wenn ihr das im Impressum stehen habt, dass diese Bilder von pixabay.com kommen. Im gegebenen Fall hebt euch das Ganze vielleicht noch auf. Ich speichere mir immer die Bilder ab und unterlege dazu auch den Link, dass wenn jemand nachträglich sagen würde, das Bild darfst du nicht verwenden, sollst du nicht verwenden, dann kann ich sagen, aber auf der Seite habe ich es herbekommen und ich habe mich dort an die Nutzungsrichtlinien gehalten. Und so seid ihr auf jeden Fall einmal sicherer, als wenn ihr einfach irgendwelche Bilder von Google oder sonst wo nehmt. Ja, das war heute ein kurzes Video wieder. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.